hallo meine liebe tatsache willkommen bei einer weiteren folge pandemic express mit dem clap und und rest so wo seid ihr dort wo wir gerade gestartet sind in der ecke ich glaube nämlich an den seiten geht dann die gehen nämlich gleich erstmal hoch glaube ich wenn die zomis rauskommt oder nicht hier unten geht gleich auf die zuerst doch die zomis mark direkt bauen ich glaube in die andere richtung kauf auf dem zu doppel springen machte ich übrigens schneller aber dass du nicht sprinten kannst hier oder ist das schon springen das ist schloss schloss wu 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 Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Du musst es auf jeden Fall riechen. Und welch bist du auch schon zusammen, oder was? Gleich. Ich hab bald noch keine Waffe. Das ist das große Problem. Mein Gott. 20 Zombies hinter mir! Ach, scheiße. Yay, wir haben einen gekillt. Alter, wie schnell du einfach mal im Wasser bist. Als Zombie. Okay, gut so. Ich bin gerade im Wasser. Fahrzeug! Also ich pack auch teilweise unter der Map. Oh Gott, wir sind gleich beim Zug. 200 Meter noch. Au! Na, dann kommst du mal hier raus und schon wärst du hier zugeballert. Ich bin gleich mal im Zug. Das ist doch nicht mal wo der Zug ist. Hm. Ich glaub auf der anderen Seite ist der Zug. Das ist auf jeden Fall ein Fahrzeug. Ja, komm komm komm. Stop the train. There you go. Na! Nicht stoppen. Ich bin drauf. Ich bin der einzige drauf. So. 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 Jetzt seid ihr nicht mehr drauf. So. Nein. Bitteschön. 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 Ist der jetzt auch ein Zombie? Nein, noch nicht. Hier kommt einer nicht mehr. So. Okay. Hallo. Jetzt werde ich auch noch hier abgehalten auf den Zug zu gehen. Wo ist er geplayt? Bist du schon ein Zombie? Jaaa Hey! Nein, bist du nicht. Doch, doch! Wer hat mich umgebracht? Oh, woher? Ich danke dir für deine 100 Bits! Hast du mich weggeschleudert, du Sau! Ja! Wenn du mich schluckst, krieg ich kein Damage, ne? Das schmeißt mich nur... Ja, ja! Okay, ich hab's auch 15. Hey! Lass mich hier! Ich hab' diese beiden Hände geschossen. Ungefähr. Alter! Wieso wird man so weit hinten gespawnt? Ich bin ein Zombie. Scheiße! Hahaha! Ich war direkt ein Zombie! Können wir als Zombie Auto fahren? Ja! Also du kannst auf jeden Fall einsteigen! Du kannst dich hinten reinsetzen, halt! Okay, aber nicht fahren! Ach so! Okay! Hinten reinsetzen ist aber extrem lustig! Geil! Ich bin ein Bomber! Hä? Was ist passiert? Oh, du hast sogar einen gekillt! Ich hab' einen gekillt?! Ja! Juhu! Nur noch drei Humans! Ich bin ein Bomber! You gotta kill them all! Als Bomber killst du auch die anderen Zombies! Oh, da unten ist einer! Oh, da unten ist einer! Wow! Oh! Oh, da unten ist einer! Wow! Ich wollte gerade sagen! Oh, jetzt bin ich kein Bomber! Wie langweilig! Ich muss erst eigentlich einen Brain kill essen! Der fuck ist durch den Wasserfall! Alles klar! Hallo? Jungs von 200 Meter weit weg! Hallo? 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 Wie geil, noch zwei Humans, Leute! Wie geil. Ach, der Train ist da hinten. Der Train hat auch so eine Zone um sich, wie bei BA, ne? Da müssen die Leute drum landen und uns kriegen. Das heißt, du kannst ihn tatsächlich auch rausschmeißen aus dieser Zone, einfach um zu denken. Ah, there you go. Äh, da. Natürlich, also... Los, da sind noch zwei Humans. Die Technik hier drinnen ist ein bisschen komisch. Da ist ja noch ne Alpha und so ein Playtest. Weißt du, die fangen grad durch den Tunnel. Ich merk schon. Ja, du kannst einfach respawnen mit dir, ne? Am nächsten respawnen. Ja, ich versuch gerade das hier herauszufinden, dass das jetzt gerade schlau ist. Ich hab mich vom Zug geschmiert. Hallo. Hallo, darf ich mal mit auf den Zug fahren? Dankeschön. Na, ich versuch gerade. Wo ist denn der eine? 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 Der Gute ist da, der Gute ist da! Au, bei. Hallo. Hallo, auf ihn! Das ist echt nur noch einer, ne? Juhu. Auf ihn! Wieso lebt der überhaupt noch? Jetzt rein! Ja, der wäre eigentlich schon lange tot, meiner Meinung nach. Oh, oh. Er hat gleich das Ziel erreicht. Ja, kannst du sagen, was du willst? Seth? Alter, ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch nicht echt. Ne. Der hätte schon lange... Clever, ist das real. Der wäre schon lange tot. Ja. So viel besser, wie der noch. Was? Ich hab drei Humans gekillt. Und einen Human gehittet. Ja, Leute, das war's mit dieser Falke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!